Heute grüße ich euch aus unserem wunderschönen Burgholzwald. Heute, das ist der Sonntag, der zwischen zwei ganz bestimmten Feiertagen steht. Donnerstag haben wir der Himmelfahrt Jesu gedacht, wie Jesus von der Erde zum allerletzten Male leiblich aufgefahren ist und nicht mehr sichtbar für unsere Augen war. Ja, so haben die Jünger damals gedacht an Himmelfahrt. Und es war gar nicht so einfach, nachdem die Wiedersehensfreude da war, Jesus ein zweites Mal gehen zu lassen. Und so sitzen sie nun da, erzählt es die Bibel in dem Haus, alle zusammen sollen sie bleiben, verbunden im Gebet, wartend. Wartend, dass das Fest kommt, was wir kommenden Sonntag feiern, Pfingsten, das große Fest des Heiligen Geistes, der uns weiter Jesu Gegenwart spüren lässt. Aber noch sind wir dazwischen, eine Art Zwischenzeit, eine Zeit des Wartens, die wir mit den Jüngern und Jüngerinnen verbringen. Warten. Warten, das ist etwas, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz besonders gespürt habe. Irgendwie wusste man nie, wie es weitergeht. Wir saßen da und haben gewartet, manchmal abgewartet, manchmal frustriert und manchmal gespannt, neugierig. Und dann plötzlich kam auch ein Schwung und man hatte eine neue Idee, wusste, wie man Altes ganz neu machen kann, so wie es jetzt in dieser Zeit passt und auch viel Freude macht. So zum Beispiel habe ich das Spazieren und Wandern gehen wieder ganz neu entdeckt und deshalb bin ich auch hier in unserem Bockholzwald. Ja, wenn man andere Menschen nicht mehr zu Hause treffen kann, dann musste man kreativ werden. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt und wie viele Meter, Kilometer bin ich nicht gegangen mit Freunden und habe mich so austauschen können. Aber auch im Beruf war es ganz neu möglich, plötzlich Gespräche. Ich hatte auch mal einen Bericht im Gemeindeberief geschrieben über Seelsorge auf dem Weg. Zusammen sind wir gegangen und haben geredet über Gott, über das Leben, über dich und mich. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, wie die Natur und draußen uns auch verbinden kann, trotz dieser Distanz. Und genau so ein Moment, wo es plötzlich anders und neu weitergegangen ist, ist für mich das, worauf wir jetzt warten an diesem Sonntag, Pfingsten. So heißt es nämlich beim Apostel Paulus über den Heiligen Geist. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Das ist der Sinn von ihm unter vielen anderen. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn es ist völlig normal, dass wir Menschen manchmal in diesem Wartezustand sind, dass wir da sitzen und vielleicht auch mal nichts hinkriegen. Corona, ja, man hatte viele Chancen, den Keller auszurümpeln. Viele haben es getan. Viele haben dieses und jenes geschafft. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die das, was sie hätten schaffen können und sich vorgenommen haben, einfach nicht hinbekommen haben. Dass man da saß und nicht so richtig in die Puschen kam. Und das ist auch in Ordnung. Denn diese Zeiten gehören zum Leben. Und dennoch vertrauen wir Christen darauf, dass der Geist Gottes immer wieder unserer Schwachheit aufhilft. Sei es bei solchen Tätigkeiten im Alltag oder im Beruf, wo wir wieder los müssen und aufhören müssen zu warten. Oder sei es vielleicht auch in den größeren Zusammenhängen, wo wir miteinander nicht übereinkommen. Wo wir wartend quasi auf der Stelle treten, bis wir eine gemeinsame Lösung finden. Und es kann auch knirschen. Ich denke, wenn die Jünger und Jüngerinnen damals in dem Haus saßen und auf den Heiligen Geist gewartet haben, da haben sie zusammen gebetet. Das war Jesu grundlegender Auftrag. Betet, bis der Heilige Geist kommt. Weil sie vermutlich sich auch gestritten haben werden. Die einen, die schon wieder raus wollten, losbrechen, auch ohne den Geist. Was sollen wir warten auf ihn? Die anderen, die gesagt haben, nein, wir halten uns an Jesu Wort. Er hat gesagt, wir sollen hier bleiben, sonst schaffen wir es nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Wege, Meinungen. Und da ist es so wichtig, dass das Gebet uns verbindet. Dass wir miteinander für unsere Stärke beten. Dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft. In welchem Bereich auch immer. Aber dass wir auch für die uns Anvertrauten beten. Und auch für uns selbst. Dass die Hoffnung niemals aufhört. Dass einmal der Geist kommt, in uns weht, in uns um uns herum und alles weiter geht. Das ist die Hoffnung, die wir haben und zu der wir unglaublichen Grund haben. So sehen wir es im Leben immer wieder. Wir sehen es jetzt durch die Corona-Zeit, die langsam scheinbar erst mal zu Ende geht. Wie viel Wind da auch weht. Und du wirst es auch in deinem Leben spüren. Und du hast es vielleicht schon gespürt. Ich habe es oft gespürt, wie mir der Geist aufgeholfen hat, wenn es nicht mehr weiter zu gehen schien. Und so werden wir es immer wieder spüren. Und wir können nur beten, dass der, der es jetzt braucht, dass die, die es bitter nötig hat, gerade jetzt den Geist Gottes spürt. Und nicht mehr bis Pfingsten warten muss. Und so möchte ich einen Moment der Stille halten mit dir zusammen. Und an die Menschen beten, an die Vereine oder auch die großen Strukturen, sei es die Politik, die Kirche, die Mächtigen, die diesen Geist nötig haben. Ex-Audi, höre, so ist der Name dieses Sonntags. Und deshalb können wir vertrauen, Gott hört unser Gebet immer. Und so habt noch einen schönen Sonntag, vielleicht hier auch im Burgholzwald oder anderswo. Und bis wir uns wiedersehen, bald in echt, bleibt behütet.